Twitter kaputt macht und die Programmierschnittstelle, also die API, abgedreht hat, wodurch die meisten Drittanbieter-Tools nicht mehr funktionieren, möchte ich euch heute einen relativ einfachen Weg zeigen, wie ihr alle eure Tweets löschen könnt, falls ihr möglicherweise den Account noch behalten möchtet, aber eben nicht mehr die Tweets auf Twitter haben möchtet, damit die nicht mehr sichtbar sind, damit X-Corp nichts mehr damit machen kann. Es ist natürlich unsicher und es wird höchstwahrscheinlich noch Backups davon geben, aber grundsätzlich auf der Webseite werden sie nicht mehr verfügbar sein. Der erste Schritt dafür ist das, also das sind die sechs Schritte, die dafür nötig sind, ihr könnt es einfach selber machen oder ihr könnt es gemeinsam mit mir machen, ich gehe das jetzt einfach mal durch. Der erste Schritt ist also das Twitter-Archiv herunterladen, das funktioniert entweder über diesen Link direkt oder man kann auch einfach auf Twitter gehen, dort dann in die Einstellungen, dort ist dann unter Account Archive herunterladen, dort muss man sich dann noch einmal autorisieren. Okay, ich habe das Video schon zu häufig aufgenommen. Egal, nachdem man sich autorisiert, dauert es dann ein bis zwei Tage und man bekommt per E-Mail einen Link zum Archiv Download. Ich habe das schon gemacht. Nachdem man das heruntergeladen hat, muss man das noch entbacken und der Windows oder Linux dann eben einfach mit Rechtsklick hier entbacken. Auf MyCourse kann man einfach mit Doppelklick es entbacken und hat dann einen neuen Unterordner, wo die entsprechenden Daten drinnen sind. Das brauchen wir dann in einem der nächsten Schritte. Wir können dann weitergehen. Wir brauchen jetzt dieses Skript. Das findet ihr entweder unter diesem Link oder ihr könnt auf Githubgist auch danach suchen. Ihr könnt das direkt von hier kopieren oder hier auf den Raw-Button gehen. Dann habt ihr nur noch das Skript auf der Seite. Und hier kann man dann mit STRG A, STRG C oder halt auch über das Kontextmenü auswählen und kopieren, den gesamten Code in der Zwischenablage kopieren, um dann zum nächsten Schritt, zum dritten Schritt zu gehen, auf Twitter zu gehen. Und hier müssen wir jetzt die Browser-Konsole öffnen. Das ist grundsätzlich etwas, was ich nicht empfehlen würde, dort irgendeinen Code auszuführen, die man von jemandem bekommen hat, weil wenn man, also der Code, den man dort eingibt, der kann immer auf alle Daten auf der Webseite zugreifen. Wenn das jetzt irgendwelche sensiblen Sachen sind, Bankdaten oder sonst Geschichten oder was auch immer, etwas, was ihr nicht möchtet, dass das jemand anderer bekommt, bitte dort nichts ausführen, wenn ihr nicht wisst, dass der Code vertrauenswürdig ist. In dem Fall, ihr könnt euch das Skript anschauen. Ihr könnt auch jemanden fragen, der sich damit auskennt, um herauszufinden, ob dieses Skript tatsächlich nur Tweets löscht oder ob das was anderes macht. Wenn ihr mir vertraut, dann könnt ihr das auch einfach so verwenden. Ansonsten lieber nicht. Aber zurück, wir müssen jetzt eben die Browser-Konsole öffnen, um dieses Skript auszuführen, um dann darüber eben die Tweets alle zu löschen. Unter Windows funktioniert das zum Beispiel mit der Taste F12. Auf macOS ist es Command, Option und I. Es geht aber auch über das Browser-Menü. Also hier ist Menü öffnen, Modules und dann Web Developer Tools. Manchmal ist man erst auf der Inspektor-Seite. Hier muss man dann zum Konsolen-Tab gehen und hier herunten kann eben dann der Code eingefügt werden. Also entweder Command-V, Steuerung-V oder auch wieder das Kontext-Menü-Based. Und jetzt muss man noch Enter drücken, damit dieser Code ausgeführt wird. Jetzt erscheint nun ein neuer Bereich, ganz oben auf der Seite. Hier müssen wir jetzt entweder die Tweet-JS-Datei oder die Tweet-Headers-JS auswählen aus dem heruntergeladenen Twitter-Archiv. So, also hier ist die entpackte Variante und hier müssen wir jetzt schauen, wo diese Tweet-JS-Datei ist. Also entweder hier Tweet-JS oder die Tweet-Headers-JS-Datei. Die Tweet-Headers-JS-Datei ist etwas kleiner, also das funktioniert meistens spurschneller, wobei das keinen großen Unterschied macht. Wenn man so viele Tweets hat, dass es mehrere Tweets-JS-Dateien gibt, dann ist die Tweet-Headers-Datei auf jeden Fall die einfachere Option. Hier müssen wir jetzt nur noch auf Öffnen gehen und das Skript startet dann auch schon und sagt, wie viele Löschbefehle bereits geschickt worden sind. Sind so circa fünf pro Sekunde. Grundsätzlich kann man hier auch zu dem Network-Tab gehen und sich dann eben anschauen, welcher Tweet dort jeweils gelöscht wurde. Und wenn ihm da dieser Status OK zurückkommt, dann hat Twitter diesen Löschbefehl quasi angenommen und verarbeitet ihn dann auch weiter. Wir können beim Request dann auch anschauen, welche Tweet-ID da jetzt tatsächlich gelöscht wurde. Wenn man eben diese Datei, die Tweets-JS anschaut, dann kann man auch tatsächlich nachschauen, welcher Tweet das dann war. Und wenn das dann fertig ist, dann sollte hier eine sehr geringe Zahl an BOS stehen. Es wird wahrscheinlich nicht auf Null gehen. Also in den meisten Fällen sind noch ein paar Tweets, die übrig bleiben, allerdings nur als Zahl, nicht die Tweets selbst tatsächlich. Also das Profil wird dann leer sein, zumindest wenn das Skript ohne Probleme durchläuft. Meine aktuelle These ist, dass Retweets von gelöschten Tweets noch als Tweets zählen, obwohl sie nicht mehr existieren. Also wenn man etwas retweetet, dann geht der Tweet-Counter nach oben. Also man hat dann einen weiteren Tweet produziert, aber wenn jetzt der Ausgangstweet gelöscht wird, entweder vom Account selbst oder wenn er suspendiert wird oder wenn der Account gelöscht wird, dann wird der Tweet-Counter nicht wieder runtergezählt. Also ich vermute einmal, dass das irgendwelche technischen Gründe hat, vielleicht gibt es auch noch irgendeinen anderen Grund, vielleicht passiert das auch in bestimmten Fällen. Aber jedenfalls, die Anzahl der Tweets ist am Ende meistens nicht Null, obwohl keine Tweets mehr auf dem Profil sind und auch wenn man dann einen neuen Export anstößt, also wenn man wieder die Daten bekommt, die man auf Twitter hat, dann sind die Tweets dort leer. Genau. Das nur noch so als Zusatzinfo. Das war es auch schon. Also hier ist es dann nur noch ein Abwarten, bis eben alles gelöscht wurde und dann ist man fertig. Wenn man die Seite neu lädt, dann ist das alles wieder weg. Also das ist nur tatsächlich dieses eine Mal, wo man es eben eingibt und ausführt, dass es dann auf der Seite drauf ist. Das war es. Falls ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare schreiben. Dann werde entweder ich versuchen oder jemand anderer, der es beantworten kann, das zu lösen. Falls ihr Verbesserungsvorschläge oder was habt, so wie es noch einfacher geht, freue ich mich auch über Feedback. Wer gar nicht mit der Konsole arbeiten möchte, kann das Ganze auch als Userscript verwenden. Man findet das derzeit auf CreasyFork. Also wenn man auf CreasyFork.org nach TweetExer sucht, dann findet man eben diese Version. Dazu braucht man irgendeinen Browser-Adder, das mit Userscripten umgehen kann. Zum Beispiel DamperMonkey wäre da eine Option. Das installiert man sich halt für den Browser, den man verwendet. Dann hat man hier die Option, eben das Skript zu installieren. Dann sieht man, was dort alles drinnen ist, installiert das Ganze, kann dann eben wieder auf Twitter gehen. Ach so, jetzt habe ich das alte noch da. So, geht dann auf Twitter. Muss das möglicherweise einmal neu laden. Ja. Und dann kommt es schon automatisch. Und weil das jetzt als Userscript installiert ist in DamperMonkey, wird es jedes Mal wiederkommen. Also jedes Mal, wenn ich die Seite neu lade, ist der Balken wieder da, bis ich das Skript dann entferne. Das ist dann unter DamperMonkey, TweetExer. Und hier kann es dann entweder deaktiviert werden oder es kann auch gelöscht werden. Und dann ist es wieder weg. Und wenn ich dann die Seite neu lade, dann ist das Skript auch verschwunden. Das war's. Ja, dann habe ich auch nichts mehr zu sagen. Wie gesagt, bitte kurz in den Kommentaren melden, ob es funktioniert hat oder ob es nicht funktioniert hat. Damit andere dann auch wissen, ob das eine gute Option ist oder nicht. Gut, tschüss.